Ladies and Gentlemen, und dann kommt Alex. Heute mit 290 Kilo. Ja okay, wir sind heute nicht in Topform. Zwölf Stunden Autofahrt, drei Stunden Auto geschlafen. Komm Alex jetzt, komm jetzt! Komm jetzt! Schaffst du die Karte? Will jetzt ein bisschen Kampfsinn, komm jetzt! Komm Alex, komm jetzt, komm jetzt! Hau, 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 hau! Ja! Wieners, Wieners in...